Hallöchen liebe Freunde, ich bin der Basti, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Club Sounds TV. Wir haben Dienstag, es ist Zeit für die News. Ja, und natürlich Brett der Wochen Classic of the Week. Ihr kennt das. In diesem Sinne würde ich sagen Intro und es geht los. Als diese Nachricht kam, war ich nicht verwundert. Ich war geschockt, aber auch nicht verwundert. Die Homepage Uptracks.de muss nämlich zum Jahresende auf Wiedersehen sagen. Tschüss. Nur zur Erklärung, was ist Uptracks? Uptracks ist ein Newcomer-Portal, oder besser gesagt eine Homepage mit einer Community, wo neue Produzenten und Talente gesucht werden. Auf der Homepage kann dann jedes Mitglied, was sich dort anmeldet, einfach mal bohren. So wie wir gerade im bohren. Auf dieser Homepage kann dann das Mitglied, oder besser gesagt, ja, das Mitglied der Community seinen selbstproduzierten Song herhochladen und von anderen Usern bewerten lassen. Das Ganze wird dann in einer Chart-Ranking-Liste aufgelistet und die Besten werden dann sonntags auf Sunshine Live gespielt. Und wer gut genug ist, wird dann auch noch veröffentlicht. Also, welcher Song wirklich gut genug ist, kommt dann raus. Veröffentlicht. Nun ist aber damit Schluss, denn Uptracks hat bekannt gegeben, dass der enorme Datenaufwand auf dieser Homepage schon lange nicht mehr finanziell tragbar ist. Und weil sie ja ein so ach so tolles Herz haben, ein Bezahlmodell, kam dann nicht in Frage. Somit heißt es dann zur Jahreswende. Tschüss Sikowski, das war's dann auch. Die Marke Uptracks wird aber weiterhin als Plattenlabel da sein und für die Sunshine Live Compilations sich zur Verfügung stellen, beziehungsweise weitermachen. Ja, also keine Angst, das wird es weitergeben. Ich find's persönlich sehr tragisch, denn auch ich hab auf Uptracks damals angefangen und dieses ganze Community-Ding und Tracks hochladen und so, das war schon ziemlich cool. Was macht man nun? Wechselt man auf eine andere Plattform? Gibt ja nur was zu My Own Music. Gibt's die eigentlich noch? Sind die noch da? My Own Music? Seid ihr davon betroffen? Sagt ihr, ey, Schiedewasser mit Uptracks passiert ist oder ey, gibt doch die und die und die und die Alternative? Schreibt's gerne mal unten in die Kommentare. Am 16. Dezember findet in Sydney wieder das Knockout Circus statt. Und für alle, die jetzt sagen, okay, was ist das? Dies ist ein Hardstyle-Event, wo auch letztes Jahr das legendäre Projekt Project One eine Wiedergeburt hatte. Danke. Hehehe, Schnecklühwein. Was ist das heiß? Und auch dieses Jahr haben die Veranstalter keine Kosten und Mühen gescheut, um euch ein Projekt wiederzubringen, worauf ihr alle lange gewartet habt. Denn The One and Only Showtack werden ein 75-minütiges Hardstyle-Set vom feinsten Ballern. Mit dabei Classics, ihre Favorites und neue Produktionen. Showtack-Fans können sich also wieder auf neue Hardstyle-Mucke von Showtack freuen. Und das bedeutet dann eigentlich nur eins. Kartensichern und ab nach City. Äh, City. Kartensichern und ab nach Sydney. Ja, oder einfach warten, bis das Ding veröffentlicht wird. Oder auch gar nicht. Vielleicht ist es nur exklusiv für das Festival. Man weiß, es ist nicht mal Mucke. Freut ihr euch genauso wie ich? Showtack-Back-In-Business-Hardstyle-Once-Again? Schreibt es in die Kommentare. Oh mein Gott, was geht denn da schon wieder ab mit unserem lieben Martin Garrix? Der hat ja seit Freitag seine neue Single zusammen mit David Guetta veröffentlicht. So Far Away und im Vorwand, also im Vorfeld, im Vorfeld, gab es da einige Streitigkeiten. Okay, ganz ruhig nicht mit David Guetta, sondern mit Eddie Golding. Nicht Eddie. Ellie. Mit Ellie Golding gab es dort ein paar Unstimmigkeiten über den Release. Denn normalerweise sollte nämlich Ellie Golding die Vocals zu diesem Song beisteuern. Dies hat dann aber leider nicht geklappt. Und warum? Ja, der Garrix hat einfach eine Version vorher gespielt, die er gar nicht spielen hätte dürfen. Garrix reagierte nämlich auf ein Fan-Tweet bezüglich der Single. Und er sagte einfach so, joa, die wird ja zwar kommen, aber ohne Ellie. Die will nämlich nicht. Das hat sie sich nicht gefallen lassen und antwortete prompt hinterher, doch ich will ja schon. Aber du spielst sie einfach so auf irgendeinem Festival, ohne mir einfach mal eine Version zu zeigen. Und dass es dann eigentlich nicht mehr in ihren Händen liegt, sondern sie liebt die Nummer ja so sehr. Aber ja, irgendwie komische Ennis. Fakt ist aber, und wir wissen es seit Freitag auch, die Nummer ist ohne Ellie Golding veröffentlicht worden. Tja, so einfach geht das dann, ne? Frau Golding, die haben wir uns mal nicht so zickig anstellen, ne? Einfach mal machen lassen. Ne? Scheiß drauf. David Guetta hat sich zum Ganzen natürlich nicht geäußert. Warum auch? Muss eh nichts machen. Macht ja eh alles der Garrix, ne? Ich krieg nur Kohle. Fein raus. Trotz alledem ist die Nummer natürlich richtig gut geworden. Und ja, schade, Eddie. Schade, Eddie, hättest du machen können gegangen. Stattdessen hast du gesagt, komm, hab keinen Bock. Komm, Briefmarke auf den Arsch. Ab dafür. Will ich nicht mehr sehen. Komm, weg. Bahnsteigen, brauch ich nicht. Weg, komm, Junge, weg. Wie findet ihr die neue Single von Martin Garrix? Super oder floppy? Schreibst du mal unten in die Kommentare. Und wär sie mit Ellie Goulding noch besser geworden? Schreibst du mal unten rein. Naravici und De-re-ro, De-re-ro, De-ro-ro, De-re... Wie heißt der Mexikaner, der eine Typ noch mal? De-ro-ro. De... De-ro, De-ro-ro. De-ro, Deodorant. De-oran, De-ro, 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 De-re... De was? De-ro, ne? De-ra. De... De-oro. De-ro, aus De... Ja. Yo. De-de-ro. Nachdem diese zwei ja auch schon dem DJ-en auf Wiedersehen gesagt haben und gemeint haben, ich mach nur noch Musik selber, hat nun auch Lazy Rich das DJ-en an den Nagel reing. Jetzt werden sich bestimmt einige von euch da draußen fragen, Lazy wer? Lazy Rich. Kennt ihr nicht? Big Fish Recordings? Bestimmt. Gibt bestimmt ein paar da draußen, die den kennen. Lazy Rich hat via Twitter bekannt gegeben, dass er ab dem neuen Jahr nicht mehr auflegen möchte, da er sich auf andere Projekte konzentrieren will. Ist auch zu viel geworden, das ganze DJ-en. Im Zuge dessen hat er auch noch erwähnt, dass man ihn noch für Silvester buchen könnte. Quasi seinen letzten Gig dann. Also wer Bock hat, mich zu finanzieren, das könnte noch buchen. Wie schon gerade erwähnt, möchte er sich nunmehr auf seine neuen Projekte konzentrieren, welche etwas schon Musikalisches beinhalten. Label Enginey und Great Music heißen seine zwei Firmen, die sich mit Musikvertrieb beschäftigen. Also Veröffentlichung von Singles und Promotion und wie das alles zusammenfasst. Sein Label Big Fish Recordings hat er nicht erwähnt und da frage ich mich dann, warum? Gibt es das dann auch bald nicht mehr oder wirft das nichts ab? Lazy, schreibt das mal in die Kommentare, was da los ist hier. Schreib mal rein, Junge, was da mit deinem Label ist. Das möchtest du schon gerne wissen. Was ich mich dann auch wiederum frage ist, warum etwas an den Nagel hängen, was eh nicht funktioniert hat, weil einen Vollenterminkalender hat er nicht. Und wir wissen alle, wie überschwemmt der DJ-Markt ist. Na gut, ab neuem Jahr heißt das dann Lazy Rich. Danke für nichts. Nein, ist auch überspitzt, ne? Habt ihr den schon mal live gesehen? Haut es mal in die Kommentare. Oder ist euch das auch Wuppe? Schreibt es unten in die Kommentare. So und zu guter Letzt haben wir mal wieder eine, ich will nicht sagen witzige Story, wenn was da passiert ist. Ist nicht witzig, aber ein skurriles Thema. Also ist schon, ist es wieder passiert. In der Stadt Adel auf Teneriffa ist denn... In der Stadt Adel auf Teneriffa ist nämlich der Boden einer Diskothek eingestürzt und mal volle Elle in den Keller. Gerumst. Mumm. Das Ganze ist während des laufenden Betriebes passiert so rund 2.30 Uhr und es wurden mindestens 40 Leute verletzt. Ein paar davon sogar schwer. Das Foto, welches man im Internet sehen kann, ist schon krass. Also wenn man so sieht, dass da eine komplette Fläche einrummst. Zwei Fragen. Erstens, wer hat das Ding gebaut? Und zweitens, welcher Song lief während des Einbruchs eigentlich? Wir wünschen dem Verletzten aber selbstverständlich gute Besserung und an den Betreiber einfach mal sagen, Junge, nicht so gut. Wie kann eine Tanzfläche einbrechen, Alter? Jetzt mal... Krass. Club Sounds Best of 2017 Die größten Club Hits des Jahres auf drei CDs und als Download Club Sounds Best of 2017 Es ist Zeit für unser Brett der Woche und diesmal sagen wir Hallo International Wat? Okay, International sind wir eigentlich immer, aber diesmal sind wir wirklich weit gereist, was das Brett angeht. Nach Korea. Kennt ihr die Bangtan Boys? Ja, nein, kennt ihr nicht. BTS, abgekürzt. Solltet ihr kennen, weil mittlerweile kennen die nämlich ganz schön viele, viele. Die Bangtan Boys sind eine Boyband aus Südkorea, nicht Nordkorea. Kim Jong-Un. Oh, ich brauche eine Boyband. Boy, Boyband. Ihr macht das. Atomis. Nee, das ist der Scheiße. Ich dachte, der kommt besser. Der ist, war ein Scheißwitz. Die südkoreanische Boygroup geht momentan so richtig durch die Decke. Man nennt das K-Pop, was aus dem asiatischen Raum dort kommt, ist nichts anderes wie eigentlich moderne Popmusik. Also die Backstreet Boys, NSYNC, E17, Take That und alles, was man so kennt, nochmal so auf neu. Auf neu. So mit Trap und so. Eins muss man aber sagen, ganz gut können die singen, auch wenn ich nichts verstehe. Und tanzen können die auch extrem gut. Geile Videos und, sorry, aber ich stehe auf diese Popmusik. Also ich bin halt ein riesen Fan von guter Popmusik. Ja. Einer ihrer aktuellen Hits heißt Mic Drop und dort gibt es einen Steve-Aoki-Remix. Und Leute, der hat das richtig in sich. Also man muss ja eh sagen, Steve-Aoki, geiler Typ, mega geil. Also Entertainer hoch 10, geiler Schrauber auch. Und ja, wir hatten Lit ja schon drin gehabt als Brett der Woche und hier hat er einfach mal wieder einen rausgehauen. Und kann man nur sagen, Chapeau, geiler Mix. Geiles Video, geiler Song. Irgendwie, ich feiere das total. Viele werden da draußen jetzt sagen, voll scheiße. Nee, ist einfach wirklich ein Brett. Ist so. Hier ist also unser Brett der Woche. Hier ist BTS mit Mic Drop im Steve-Aoki-Remix. Bitteschön. Bitteschön. Ja, nguca ne sujo, der up day. I don't care. Mike, japp'um, bum, sujo, your up hey. What OK? Sam, wo, dich und gott'r, seht'ki, other game. God, do best, zippo, juke, stop, hey. God, do best. World bass, net. Hack, man, hack, shiem. Sub-Air, me, magic. Man, chỉ, han, ghi, class, gatsch, man, ghi. Don, 향, ehe, ak, ghin, ban, tic. Mike, Mike, punchin. Mike, Mike, punchin. Black, black, punchin. Man, hal, guck, hat getchin. I'm fine sorry 미안해 Billboard 미안해 worldwide 아들이 넌 잘나가서 미안해 엄마 대신해서 네가 못하켜봐 우리 콘서트 절대 없어 Hold up I do it I do it 넌 말 없는 Lada do it 오배가 아프다면 보소해 Did you see my back? Did you see my back? I saw a crockers and I saw a back What you think about it? What you think about it? I bet it got my haters having sex Come and follow me, follow me with your singer I'm so fiery, fiery for your team Keep on running and running until I catch ya Are you there? Are you there? Are you there? Another trophy My hands carry me Too many that I can't even count Somebody stop me I'm not a pop-up Too busy, you're my body Anytime Come and follow me Come and follow me My body My mind Big way Yeah It's time for our Classic of the Week Und da haben wir dieses Mal etwas richtig Schönes Wir haben eigentlich immer etwas richtig Schönes Und ich muss dazu sagen, dass es immer schwieriger wird Ein Classic herauszusuchen Bei mittlerweile 170 Folgen oder was wir da auch haben Es wird nicht einfacher, Leute Es wird nicht einfacher Deswegen tut uns leid, wenn wir manchmal Weißt du, ich glaube, ich habe ein Bild Oder dreifacher Scheiße Dieses Mal ist das Classic aber Keine Angst Haben wir nicht gehabt Also wir hatten schon mal was von Charlie Loroys und Manuel Theo Aber nicht diesen Song Also von daher Winning Alles richtig gemacht Die Rede ist von Your Smile aus dem Jahre 1996 Und diese Nummer ist einer der wenigen neben Wonderful Days Welche mir oder uns persönlich von Charlie und Theo am besten gefällt Okay, man muss dazu sagen, die Vocals sind eine 6 mit Anlauf Und einfach so schlecht gesungen, dass sie irgendwie aber auch schon wieder geil sind Aber es war früher halt so Früher gab es halt scheiß Vocals und hat niemanden gestört Hauptsache der Beat hat gestimmt In diesem Sinne Scheiß auf die Vocals, viel Spaß mit dem Beat Hier ist unser Classic of the Week Charlie Loroys und Manuel Theo mit Your Smile Bitteschön In my hands I hold your smile And in my heart it runs so wild You are the one, you are unique I'm so in love, you make me weak And the reason that I feel Is like a shadow from my light So if you have the chance to be with me In my shadow with my light In my hands I hold your smile And in my heart it runs so wild I want you near me night and day And I will love you all the way And the reason that I feel Is like a shadow from my light So if you have the chance to be with me In my shadow with my light In my shadow with my light And the reason that I feel Is like a shadow from my light So if you have the chance to be with me In my shadow with my light Wee! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017